Ich finde, Sie sind sehr gut in Form für einen Mann Ihres Alters, Mr. Ron. Oh, danke, Ben. Augenblick, für wie alt hältst du mich denn? Oh, ähm, für ungefähr 18? 80? Mindestens. Hevington ist zurück. Ich behalte dich im Auge, Bär. Stehen bleib! Dieb! In seinem größten Abenteuer. Keine Bewegung! Aber ich bin nicht der Dieb. Dieses Jahr braucht es einen Bären, um einen Dieb zu fangen. Die Jagd beginnt. Entschuldigen Sie bitte, Mr. Knuckles. Ja? Ich hab mich gefragt, ob ich mit Ihnen über das Essen reden könnte. Weiß irgendjemand, was bei Ketchup funktioniert? Paddington würde nie zögern, wenn irgendeiner von uns Hilfe bräuchte. Du gehörst zur Familie. Oh. Wo soll's denn hingehen, Bär? Paddington! Mrs. Brown! Es ist eine große Erleichterung zu wissen, dass Paddington Freunde gewonnen hat. Entschuldigen Sie uns wohl einen Moment? Mary, wir können diesen Leuten nicht über den Weg trauen. Und ich meine, Sie seht ihr doch mal an. Und was diesen bärtigen Blödmann in der Mitte angeht, der hat nicht mehr als zwei Hirnzellen, wenn's hochkommt. Wir können Sie immer noch hören, Mr. Brown. Paddington 2 im Kino Und wir können Sie sich hier auf den Weg nach dem 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 Weg nach dem